Alter, kommst du mal zurück? Ja, jetzt relax doch mal. Okay, ich hab hier was... Irene-Kops, Irene-Skins, Irene-Skin... 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 Nein, ich hab keine ganzen Joker. Schade. Schade. Kriegt man aus Kohle hier auch was raus? Was war das denn? Muni? Ja, oder? Das ist alles, was ich dabei hatte. Sag mal... Ganserker? Ja. Mikro... Bereits freigeschaltet. Und... Eine SMG ist getroppt, soweit ich gesehen habe. Ich weiß es nicht. Wir können auch mal herkommen. Starke Waffen habe ich jetzt nicht. Ich habe zwei Sniper. Hm. Egal, ich feier's auf jeden Fall. Gibt's nichts mehr hinten, oder? Gibt's nichts mehr hinten, oder? Ja der. Das hat auf jeden Fall cool gemacht. Auf jeden Fall cool gemacht. Wie so ein deutscher Rapper. Also gar nicht, weil das nicht geht. Ah. Ja. Falsche Richtung. Hä? Hä? Welche Richtung müssen wir das Ding schieben? Ah. Gibt den Tipp halt die Sprint-Taste gedrückt. Hast du dir auch gedacht, scheiß auf die Löhre, wir machen ihn einfach mal platt? Ich denke mir scheiß auf die Löhre, da stehen noch mehr. Alter, da sind noch zwei andere. Yay. Gibt's nachladen? Ja. Achtung. Hell, der ist? Ja. Gut, halt den noch oben. Psssss. Ähm. Sorry. Das wird wieder, das wird wieder! Oh cool, Sniper. Ich hab ihnen schon drei Viertel vom Leben gezogen und dann kommst du und das nächste mit hinweg sieht man nicht die scheiß dinge einzeln aufsammeln oh man und noch Trasher hinterfickt es aber jetzt noch gleich alter alter sorry Shit. Nachladen. Nachladen ist dein Freund. Mh, ja, mh, ja. Jesus war ein guter Mann. Mh, ja, mh, ja. Denn er hat seinen Umhang an. Mh, ja, mh, ja. Und weiter reimen tun wir nicht. Jesus war ein geiler Mann. Ich nenne da Verständler, man. Oh, Mama. Schiebst du gerade wieder? Ne. Was ist denn da gefährlich? Oh. Gefahr gebannt. Arbeiter, Arbeiter, Wissenschaftler. Dahl hat unser Leben ruiniert. Geh anschieben. Yeah. Arsch, Alter. Ach, die fick ich ja nicht. Driffst du die heute auch mal noch? Ja, tu ich gerade. Badass walking. Wo? Ah, da. Ne, ein ausgewachsener. Ich bin ein Badass. Ja, dann suchst du auf der falschen Seite. Kann ich dir helfen? Nicht? Okay. So, da kannst du ihn killen. Fuck. Ist der nicht gekillt? Das ist doch uncool. Nein. Nein. Das ist jetzt scheiße, ne? Äh, Julian. Gut. Hast du den ausgewachsenen gekillt? Ja. SMG mit Giftschaden ist halt schon ein Vorteil, ne? Ja, ich warte halt, dass du dich killst und dann passiert nichts. Alter, wie viele Luftschleusen hat das scheiß Ding. Wir sind da. Und dann ist das scheiße. Epic Loot, Epic Loot, Epic Loot, 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 Epic Loot, Epic Loot, Epic Loot, Epic Loot, Epic Loot. Infested Warehouse. Das läuft doch irgendwas schief. Hört sich immer an wie ein Ding, wie ein Ding. Warframe. Warframe-Titel. Ja, schon ziemlich. Schieb die Scheiße rein. Schieb die Scheiße rein. Einer geht noch. Einer geht noch rein. Ja, das muss so. Ja, das muss so sein. Ich hab nur einen Raketenwerfer. Oder? Doch. Allein für, weil er geil aussieht. Eine weitere Herausforderung gemeistert. Uh, was ist da? Nichts mehr. Nico, ich hab jetzt mal einen Raketenwerfer. Sieht nice aus. Wie viel zieht er? Äh, verhältnismäßig wenig, aber es laggt. Okay. Uh, da hinten liegt Loot. Ja, komm, ausgewachsenes Drecksviech, geh kaputt. Was ist da? What the fuck? Wollte nicht jeder schon mal einen Schnupfentanz erfinden. Okay, ich nicht. Hauen wir ab? Ja, er muss hier irgendwie wieder hochkommen. Töte dich. Nee. Hier unten geht's nämlich weiter. Das ist eine dicke Lootkiste. Wo? Hier unten. Alter, ich treff nix. Ah, gut's mal. Strecken. Wir müssen zureck nach Sanctuary Hole und dort das Ding finden. Da ist ne Leiter. Wir haben Loot und Teleportraum gefunden. Und ein bisschen Iridium. Vielleicht jetzt seh ich's noch nicht. Oh, okay. Spider-Rand-Königin. Ich hab' einen Vertrag gelten. Ihr Sicherheitsteam soll mal die Drabungstrumpen unterstützen. Ob sie mit meinem Vorgang nicht einverstanden sind, spielt keinerlei Rolle. 25. Gleich 25. Gleich 25. So, du willst es, kriegst du es. Okay, fisch. Okay. Aua. Bist du. Ich hab' ein paar Viecher gemeldet. Ich bin leveled up und du. Fast, fehlt ein Drittelstrich. Und damit skillen wir ja. Regenieret pro Sekunde 2% Gesundheit, die dir fehlt. Wie kommen wir hier wieder raus? Da ist ne Leiter nach oben. Wo? Äh, in dem Versteck. Da komm ich grad her. Ja, da ist ne Leiter nach oben. Äh, da hinten ist übrigens ein Achievement, das dir holen kannst du noch. Wenn du alle zusammen hast, hast du halt, bringst du ein Steamed an Achievement-Sammlung höher. Gut, also bringst du mir nichts. Stopp. Halte Seite. Einig dich. Ja, wir müssen abschließen noch die Quest. Ja, die... Ah lol, die machst du ja hier. Gliess dich nicht ab. Hm. Gehst du noch Kristallit-Fiecher töten? Ne, das kann ich machen. Ich soll erst mal kurz verkaufen. What? Wie soll man da hin? Das ist ein Scherz, oder? Was los? Was hat mich denn angegriffen? Ja, ich muss auch noch ein Kristallist töten. Wunderbar. Hab mich gekillt. Drecksack. Ich glaub, der ist eben verreckt. Was? Ich glaub, ich hab dich wiederbelebt. Ne, hast du nicht. Nicht? Nein, ich bin tot. Ah, hab ich's nicht ganz geschafft. Ganz knapp. Weißt du, warst du überhaupt nicht in meinem Zielradius? Oh, und wer das war, Keith? Alter. Hoffentlich gibt's Statistiken am Ende. Du weißt wieso. Hier kommt ein Eierknacker. Und so was schreit ein Eierknacker, wenn er angreift. Nächstes Level. Ah, fuck, 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 fuck. Ich müsste Cash liegen. Hallo, sammeln ein. Einfach für euch Säure rennen. Ja, der wollte es nicht einsammeln. Gib's, schlässst du's mal ab oder nicht? Ja, wir müssen, guck mal, guck mal, wo wir da hin müssen. Wir müssen da irgendwie so ein paar Kurdings machen. Eigentlich nicht. Drück mal eben. Okay. Ciao. Ich habe